Natürliche Prozesse oder Ereignisse, im Englischen häufig bezeichnet als Natural Processes oder Events. Dies sind Prozesse, die in einer natürlichen Umwelt auftreten und Wechselwirkungen verursachen können in einer Umwelt, die aber unabhängig von einer Gesellschaft stattfinden. Naturgefahren, im Englischen als Natural Hazard bezeichnet, sind potenziell schadenbringende natürliche Prozesse, die innerhalb einer bestimmten zeitlichen Periode und mit unterschiedlicher Stärke auftreten können. Schäden können den Verlust von Menschenleben, Verletzungen oder auch den Tod von Menschen beinhalten, sie können aber auch gesundheitliche Beeinflussungen, Schäden an der bebauten Umwelt oder auch Beeinträchtigungen oder Verlust von Existenzen inklusive möglicher Leistungen sozialer, ökonomischer Unterbrechungen oder Umweltscheiden beinhalten. Das heißt, essentiell hierbei ist, dass eine Gesellschaft betroffen sein muss bei Naturgefahren oder Natural Hazards. Der Begriff Exponierte Risikoelemente oder Exposed Elements at Risk, das sind alle Objekte in einer definierten Region mit einem bestimmten Schadenspotenzial, zum Beispiel Verkehrswege, Menschen, Güter, Gebäude. Diese können fix sein, zum Beispiel ein Haus oder sie können mobil sein, zum Beispiel ein Auto. Sie können punktuell sein, zum Beispiel ein Gebäude. Sie können linienhaft orientiert sein, zum Beispiel eine Bahnstrecke. Oder sie können eine flächenhafte Ausprägung besitzen, zum Beispiel ein Industriebetrieb oder ein Flughafen. Exponierte Risikoelemente sind dabei einer bestimmten Naturgefahr oder einer Kombination von Naturgefahren potenziell ausgesetzt. Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Vulnerabilität, im Englischen Vulnerability. Das ist die Charakteristik oder die Umstände einer Gemeinschaft, eines Systems oder eines Gutes, dass sie Ausprägungen der potenziellen Folgen durch das Auftreten einer Naturgefahr hervorruft. In probabilistischen oder quantitativen Risikoanalysen spiegelt der Begriff Vulnerabilität den Schadensanteil wider, der für ein potenziell betroffenes Risikoelement zu erwarten ist. Und dieser Anteil wird häufig ausgedrückt in der Skala von 0 bis 1 oder 0% 100%, 0 kein Schaden bis 1 vollständiger Schaden oder Totalschaden. Der finale Begriff Risiko, im Englischen Risk, wird ganz unterschiedlich definiert. Und wir fokussieren uns jetzt auf die Ingenieur-, wirtschaftliche, mathematische Sichtweise. In diesem Sinne ist Risiko definiert als eine Kombination einer Gefahr und seiner Konsequenzen. In den meisten Fällen sind diese Konsequenzen negativer Natur. Aber sie können natürlich auch als Chance für neue Entwicklungen gesehen werden. Ein weiterer wichtiger Begriff ist das Szenario. Das sind die Möglichkeiten einer potenziellen zukünftigen Ausprägung eines Sachverhaltes. Sei es eines Naturereignisses, einer Naturgefahr oder eines Naturrisikos aufgrund verschiedener Annahmen. Dies kann in qualitativer Form über Einschätzungen, zum Beispiel von Experten, erfolgen oder in quantitativen Analysen repräsentiert werden. Das Risiko wird hierbei häufig als eine Funktion gesehen, eine Funktion der Gefahr, der Risikoelemente und deren Vulnerabilität. Und das wird häufig eben in einer Gleichung dargestellt. In den meisten Fällen wird das Risiko negativ in Bezug gesetzt, aber sie können das Risiko auch als Chance für neue Entwicklungen sehen. Herr Kerner und Andreas Sie können hier noch ein wenig Ausprägung einstellen, Time G 44 freely im Maßnahmenkeller